Justiz, nach dem Roman von Friedrich Dürrematt, in einer Bühnenfassung vom Regisseur Frank Kastorf. Bühne Alexander Denitsch, mit Jan Bülow, Manuela Hollenweger, Robert Hunger-Bühler, Urli Jäcki, Irina Kastrinidis, Mikis Kastrinidis, Julia Kreusch, Teresa Matusadila, Nikolas Rosat, Alexander Scheer. Zur ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte des Romans schrieb Dürrematt selbst, Justiz wurde 1957 begonnen. Ich dachte, den Roman in einigen Monaten beendet zu haben, aber dann kam die Arbeit am Frank V. dazwischen und die Justiz blieb liegen. Spätere Versuche, den Roman wieder aufzunehmen, scheiterten an der Weiterführung der Handlung. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich sie geplant hatte. Im Frühjahr 1985 schlug dann Daniel Kehl die Herausgabe der Justiz als Fragment vor. Ich willigte zögernd ein und beschloss, noch ein Hauptkapitel zu schreiben, begann aber dann, den Roman umzuschreiben und zu vollenden, wenn auch in einem anderen Sinn als ursprünglich geplant. Das Buch kam mir, nachdem es erschienen war, sehr eigenartig vor. Ich kam mir vor wie jemand, der mit ungeheurer Sorgfalt eine Zeichnung macht und dann einen Gummi nimmt und das Ganze ebenso sorgfältig ausradiert und am Schluss hat er ein schönes weißes Blatt. Ich bin da vielleicht zu sehr Erkenntnistheoretiker oder auch Philosoph, um die absoluten Standpunkte zu teilen. Ich glaube nicht an einen Staat, der absolut gerecht werden kann. Ich glaube nicht an eine Gesellschaft, die absolut gerecht werden kann, weil ich nicht an einen Menschen glaube, der vollkommen ist. Ich zeichne auch keine vollkommenen Menschen, die interessieren mich gar nicht. Ich glaube, vollkommene Menschen, die gibt es nicht. In diesem Sinne eröffnet der stockbetrunkene Anwalt Späth seinen Rückblick, der den Auftakt zu Dürremats philosophischen Antikriminalroman bildet. Dieser Bericht ist nicht nur die Begründung, sondern auch die Vorbereitung zu einem Mord, zu einem gerechten Mord. Dass ich daraufhin selbst Mord zu begehen habe, ist unvermeidlich. Zwei Jahre vorher, im März 1955, ereignet sich inmitten des Zürcher Establishments Folgendes. Der angesehene Kantonsrat Dr. Isaak Kohler steigt, aus seinem Reus-Reus, betritt gelassen das von Politikern, Finanzmanagern und Künstlern vollbesetzte Restaurant du Théâtre und erschießt vor aller Augen den Literaturprofessor Adolf Winter. Kohler, der nach dem begangenen Mord vorerst eine Aufführung von Mozarts »Entführung aus dem Sarai in der Tonhalle« genießt, lässt sich daraufhin bestens gelaunt festnehmen. Im folgenden Schauprozess wird er trotz unauffindbarer Tatwaffe und ohne Erkenntnis über sein Motiv »zu 20 Jahren Zuchthaus« verurteilt. Von seiner Gefängniszelle aus beauftragt der Multimillionär und passionierte Billiardspieler, den jungen, erfolglosen Anwalt Späth, seinen Fall erneut, unter der Annahme, er sei nicht der Mörder gewesen, zu untersuchen. Sehen Sie lieber Späth, die Wirklichkeit kennen wir ja nun, dafür sitze ich hier und flechte Körbe. Aber das Mögliche kennen wir kaum. Das Mögliche ist beinahe unendlich. Das Wirkliche streng begrenzt. Daraus folgt, dass wir das Wirkliche umzudenken haben, um ins Mögliche vorzustoßen. Späth wittert zwar einen Teufelspakt. Die Aussicht auf Karriere ist jedoch so reizvoll, dass er zu seiner eigenen Erschütterung tatsächlich einen Revisionsprozess erwirkt, infolgedessen Kohler freigesprochen wird und der stattdessen verdächtigte Dr. Benno sich erhängt. Dürrematt entlarvt in Justiz mit bitterbösem Humor, wie Rachemord zur Antwort auf ein gesellschaftliches System werden kann, in dem zwar das Gesetz, Gerechtigkeit hingegen, keine Rolle spielt. Mit einer umfassenden Frage endet der Roman »Wer ist der Schuldige?« »Jener, der die Gesetze erlässt oder jener, der sie bricht?« Der Autor erweist sich bis zuletzt auch als kritischer Kenner seiner Heimat. Ironisch lässt er seinen Ich-Erzähler resümieren, die Welt wird entweder untergehen oder verschweizern. Im Zuge seiner sechsten Inszenierung am Schauspielhaus setzt sich der vielfach ausgezeichnete Regisseur Frank Kastorf aus Ost-Berlin zum ersten Mal künstlerisch mit dem berühmten Autor aus dem Emmental auseinander. Frank Kastorfs 25-jährige Intendanz an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin hat das deutschsprachige Regie-Theater fundamental geprägt. Seine Leseeindrücke von Justiz formuliert er so. Wenn man den Roman ein paar Mal liest, ist das tatsächlich wie ein Billiardspiel. Einerseits mystisch, durcheinander, chaotisch, und dann hat es darin eine überraschende Ordnung. Auch durch den dritten Teil des Romans, den Dürrematt erst 30 Jahre später geschrieben hat. Das, was Dürrematt hier macht, interessiert mich schon sehr. Also in einer Polemik, das platonsche Bild, das berühmte, was wir kennen, das Höhlengleichnis, wo die Menschen angekettet immer nur nach vorn auf die Höhlenwand blicken können und durch das Fenster in der Ferne die anderen Menschen nur als Schatten, als sprechende Zeichen wahrnehmen können. Der Mensch lebt eigentlich immer nur von dem, was er meint zu sehen, nicht von dem, was er wirklich sieht. Also Schein und Sein ist etwas ganz Unterschiedliches. Und all die Figuren, die hier auftauchen, haben ähnliche Probleme. Am Anfang denkt man, jemand, der scheinbar mächtig ist, zum Großbürgertum, zur herrschenden Klasse gehört, geht einfach auf einen anderen zu und erschießt ihn. Manchmal ist so eine Reaktion durchaus nachvollziehbar. Und man denkt selbst, warum macht man das nicht häufiger? So etwas zu denken ist durchaus manchmal gerechtfertigt. Gleichzeitig sind wir Teil einer Gesellschaft, in der wir durch das Rechtswesen miteinander leben können. Aber Recht und Gerechtigkeit sind eben, und das ist auch zentral im Roman, etwas ganz Unterschiedliches. Der Roman fängt mit einer Rückblende an. Die ersten beiden Bücher werden von dem Rechtsanwalt Späth erzählt, der eigentlich wie ein Marlowscher Detektiv ist, der überall sucht, der ein Gerechtigkeitsfanatiker ist. Die andere Hauptfigur ist Kohler, sein Auftraggeber, der Mörder, derjenige, der eigentlich durch dieses Gleichnis führt, als Billiardspieler, der die Menschen sortiert wie in einem Billiardspiel, in dem er immer Alaban spielt, der mit den Kugeln spielt wie der liebe Gott, welcher mit dem ersten Stoß die Welt in Gang gesetzt hat und sich dann vornehm zurückgezogen hat und uns selbst überlassen hat. Und so macht der Kohler das eigentlich auch. Also das Billiardspiel als Gleichnis von Welt. Natürlich war das damals die Zeit der Expansion. Es gab 1956 in Ungarn dieses Ausbreiten des russischen Modells, des sowjetischen Modells Richtung Westen und die Angst war da. Österreich war ein wackeliger Bündnisgenosse im Neutralen und da überlegte die Schweiz selbstverständlich, wie sehr sie sich verteidigen muss. Und nebenbei verdient man auch sehr gut, wenn man unter dem großen Deckmantel der Neutralität in alle möglichen Richtungen etwas verkauft. Also da steckt viel Geschichte drin, die Dürrematt auch sarkastisch behandelt. Im dritten Teil des Romans erzählt der Kantonsrat Kohler als 100-Jähriger inmitten der Wirtschafts- und Kulturelite Münchens, wie er damals vor 30 Jahren jemanden getötet hat. Und alle lachen, fühlen sich bestens unterhalten. Aber er sagt, nein, nein, das ist wahr. Alle lachen wieder. Er hätte genauso gut sagen können, er sei Kommandant in Auschwitz gewesen. Man hätte ihm nicht geglaubt. Und insofern ist dieser Abgrund zwischen Schein und Sein interessant. Diese verschränkten Geschichten, die grellen Figuren und immer wieder drastischen Momente von Überraschung erinnern mich in ihrer Unverfrorenheit auch an Tarantino. Dürrematt ist da auch schrankenlos in der Art und Weise des Komischen. In der Art des Antipodischen ähnelt das auch Brechts Gleichnissen. Man fragt, sind das Menschen? Nein, es sind natürlich stilisierte Figuren, die wie Grundmetaphern sind. Sie verkörpern mehr als nur einen psychologischen Teetrinker tschechowscher Art. Nein, das sind Figuren, die immer auch den Schatten vom Sozialen, vom Politischen und vor allem Dingen vom Geld mitschleppen. Dürrematt hat etwas Wichtiges zu seinem Schreiben gesagt. Eine Geschichte ist dann zu Ende, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Nicht die wahrscheinliche, sondern schlimmstmögliche. Schlimmer geht's nicht. Und hinter dem ganz Schlimmen ist immer das Lachen. Man lacht und denkt, na, ganz so schlimm ist es doch nicht. Weil der Zürichsee ist ja immer noch schön zum Schwimmen. So wie man eben am Schluss nicht mehr weiß, dass man Dr. Mengele hieß. Man denkt, eigentlich hab ich doch nur als Wissenschaftler gearbeitet. Bin ich verrückt oder ist die Welt verrückt? Und so grotesk ist das Ganze auch geschrieben. Man kommt da schon beim Lesen durcheinander. Das hat Dürrematt natürlich absichtlich gemacht. Es ist ja nicht selten so, dass wir nicht mehr wissen, was wir getan haben. Und vielleicht ist das so in einer Gesellschaft, die immer schwerer zu erkennen ist in ihren Wahrscheinlichkeiten, in dem, was man wirklich ist, in dem, was gesellschaftliche Praxis ist, dass man immer weniger weiß, wie die Welt ist. Sie zu beherrschen ist schwer. Sie zu erkennen auch. Und davon handelt, also finde ich, dieser Roman in seinem Durcheinander. Und das spielt sich hauptsächlich zwischen dem Faun und der Kronenhalle ab. Also einer Gegend, die man meint, genau zu kennen. Aber das ist Lesestoff. Wie man das richtig inszeniert, ist schwer. Insofern gefällt mir das, weil man daran eigentlich nur scheitern kann. Audioeinführung von Amelie Joana Haag. Gesprochen von Julia Kreusch.